Es ist endlich soweit. Wir können dem Thema Homelab weitermachen, nachdem uns dieses Scheiß-Ding richtig den letzten Nerv geraubt hat. Ihr habt das Problem gesehen gehabt, wir haben keinen WLAN-Offloading und wir haben irgendwelche Probleme mit UDP-Traffic, sodass bei mir hier alles schweinend langsam war. Deswegen kommt die Kiste jetzt hier ganz normal weg. Und wir haben einen neuen Karton, den ich euch zeigen kann. Völlig langweilig. Kartons sind immer total scheiß, oder? RB5009 habe ich natürlich für euch hier liegen. Da ist die schmucke Kiste. Ich blende sie euch natürlich auch noch in hübsch und in schön ein, aber da ist die nette Kiste. Worüber reden wir denn überhaupt hier? Wir haben einen ganz normalen Router, relativ neue Ware jetzt von Mikrotik. Ich weiß nicht, was Mikrotik da gemacht hat, aber diesen Router gibt es als zwei Varianten. Einmal als PoE-Variant und einmal als Nicht-PoE-Variante. Und die Nicht-PoE-Variante, davon haben die, glaube ich, global gesehen fünf Stück produziert, vielleicht auch sechs Stück produziert. Und danach gab es den einfach nicht mehr. Gab es den einfach überhaupt nicht mehr. Und dann kamen wirklich zwei, drei Monate später dieselbe Variante, selbes Outfit, selbes, alles gleich. Außer, dass alle Ports PoE-In und PoE-Out jetzt sind. Und diese Variante ist zum Glück dann jetzt so ein bisschen greifbar gewesen, aber auch selbst da. Jetzt schon ist es gefühlt alles weg. Es gibt gar nichts mehr. Also ich habe keine Ahnung. Die produzieren scheinbar immer nur 5000 Geräte oder sowas global und das war's. Aber genug mit Aufregen. Ich erkläre euch mal eben zwei, drei Sachen, die einfach wichtig sind. Also wir haben einen SFP Plus Port, ganz wichtig, 10G. Habe ich auch ausprobiert, schon funktioniert, wunderbar. Einen Port, der 2,5G kann und der restliche oder die restlichen 7 Ports sind halt eben alle 1G. Das heißt, wir haben hier wirklich ein universelles Gerät, was einmal 2,5 kann, was 10G kann, was 1G kann. Super. Wir haben komplett PoE-In und PoE-Out. Für die Sie schon gefragt haben, hier drüben das Grüne. Das Grüne ist ein DC, ja ist kein Stecker, aber eine DC-Verbindung, also Gleichstrom. Keine Ahnung, ich habe noch nie ein Rechenzentrum gesehen, wo ich kleine Kälbchen habe, wo ich Gleichstrom anstecken kann. Aber egal. Und hier vorne ist der ganz normale, weil das hat AC-Steckerchen mit Netzteil, riesen Klopper-Netzteil, weil wir müssen natürlich irgendwie PoE betreiben können. Aber viel interessanter, ich blende euch mal ein Bild ein. Wenn man zum Beispiel alle 3 connected haben sollte oder nur 2 von 3 connected haben sollte, kann das ganze Ding fail over. Das heißt, fällt eine Stromquelle aus, wechselt er einfach über zur nächsten Stromquelle. Ansonsten bester Fun-Fact von der Kiste. Die Kiste ist halt eben komplett passiv gekühlt, keine Lüfter, aber sie ist halt eben mit so einem durchgehenden, ja ich will jetzt nicht sagen Aluminium-Legierung, aber ich glaube, es ist nicht richtig Aluminium. Dafür ist es zu schwer. Blech ist es auch nicht. Guss ist es auch nicht. Dafür ist es zu leicht. Ich habe keine Ahnung, was das hier für eine Ligierung ist. Irgendein Metall. Bleiben wir einfach mal dabei, wo wirklich die Platine direkt drauf sitzt. Also auf dieser ganzen Platine sitzt die, auf dieser ganzen Gussstück, bleiben wir jetzt einfach dabei, sitzt die Platine oben drauf und gibt halt eben wirklich die Abwärme ab. Also wenn man wirklich die Schrauben hier unten alle komplett loslöst, habe ich getan gehabt, öffnet sich im Endeffekt hier oben wirklich nur das Case, was auch irgendeine Art billigeres Metall ist oder sowas, öffnet sich nur das Case, wo die Platine wirklich direkt drauf sitzt. Das heißt, die Abwärme geht wirklich direkt auf dieses Stück Guss hier hinten drauf. Man kann es ja gut hören. Irgendein Blechmetall ist, keine Ahnung und die Abwärme geht halt eben wirklich raus. Letztes Wort zum Thema, bevor wir natürlich auf das Thema Performance eingehen. Das Ding hat halt eine super, super geilen Formfaktor. Ihr seht schon, das Ding ist nicht nur klein, sondern Besonderheit von diesem Ding ist wirklich das Formfaktor, dass es eine halbe Höhen-Einheit ist, also nur eine halbe Höhen-Einheit und eine, und wie sagt man, halbes 19 Zoll, wie auch immer, halbes 19 Zoll, so dass man von den Teilen, damit wirbt zumindest Mikrotik, da so, dass man von diesen Teilen vier, vier in eine Höhen-Einheit reinballert. Das heißt, ihr könnt wirklich vier Stück in eine Höhen-Einheit reinballern. Und dazu gibt es auch ein ganz normales Mounting-Kit, das habe ich hier. Das ist jetzt einer von den Schienen. Und das ist das, wenn man das einfach mal einen in die Mitte reinschraubt. Aber man kann eben auch, und das ist echt nett gemacht, dieses Mittelstück hier rauslösen. Das ist das Verbindungsteil dann zwischen den mehreren Routern und die Ecke hier vorne. Das kann man vielleicht im Video gar nicht sehen, aber hier ist eine Nut dran, hier vorne. Das kann man abbrechen, und dann kann man wirklich aus demselben Mounting-Kit, was nicht mehr ist als das hier, was wirklich nicht mehr ist als das hier, kann man halt eben vier Stück mounten. Und das Mounting-Kit kostet irgendwie, ich glaube, 6 Euro, und auch das ist nicht irgendwie Plastik oder sonst was, sondern richtig Qualität, muss man halt eben sich dann so zurechtbügeln, wie man es haben will. So, das war jetzt genug Hardware, ich will gucken, dass wir mal eben schnell ein paar Tests machen, einfach mal ein bisschen, mal ein bisschen da drüber nudeln und einfach sehen, ob der Router routing-technisch auch das verspricht, was er halt eben laut Webseitenangaben hergeben soll. Ich würde sagen, haben wir mehr als genug über die Hardware gelabert. Ich habe die Kiste jetzt, genau wie hier angegeben, einfach mal mit dem 10G-Port mit einem Direct-Attach-Kabel einfach mal angeschlossen, das heißt, wir haben Full-Duplex 10G in Richtung Switch. Und ihr kennt es ja noch, ich habe hier auch die Mikrotik-PCI-Karte, die ja mit Dual 25G angebunden werden könnte, ist auch nur per 10G angebunden, die in meinem Server steckt. Das heißt, wir können jetzt gleich den ersten Test einfach mal machen, zwischen den beiden Mikrotik-Geräten einfach mal einen Bandwist-Test machen und nachher natürlich direkt auch noch einen Full-Routing-Test, dass man den Server halt hingeht und über den RB5009 einfach mal ein Routing schiebt und wir halt eben sehen können, okay, was ist denn seine Routing-Power? Aber ich habe natürlich beide Fenster für euch vorbereitet. Das hier ist die Kiste RB5009, hier oben ganz klein zu lesen und dann auch UPR, also die PoE-Variante. Und ihr habt hier zwei Fensterchen, damit ihr ein bisschen das verfolgen könnt. Einmal hier so ein bisschen Temperatures und einmal hier so ein bisschen CPU-Usage. Und ich gehe jetzt erstmal hin und baue einfach eine Verbindung zwischen der PCI-Karte und dem RB5009 auf. Die sind ja, wie ihr gesehen habt, einfach über den Switch verbunden und darüber machen wir jetzt einfach den hauseigenen Mikrotik-Performance-Test. Und das ist ja einfach unter Tools und dann Bandwidth-Test. Ich schnappe mir einfach hier die IP-Adresse 192.168.40.151. Das ist die PCI-Karte auf der anderen Seite. Und jetzt versuchen wir einfach mal ein bisschen UDP-TCP-Test zu machen. Die Direction ändern wir nochmal ein bisschen. Ich muss auf jeden Fall noch ein Passwort setzen, sonst wird das nichts. Ganz wichtig, bevor ich dann jetzt hier starte und ihr euch die Performance-Werte anguckt, ganz, ganz wichtig, ihr müsst immer auf die CPU-Load achten. Dieser Bandwidth-Test muss diese Daten, die er ja versendet, mit der CPU in den Geräten natürlich auch generieren. Ich drücke einfach mal auf Start. Das heißt aber auch, diese Last vom Generieren müssen wir natürlich ja vom System quasi wegrechnen. Also ist dieser, ihr seht schon, Remote CPU-Load 100%. Ist dieser Test, den wir hier haben, jetzt haben wir gerade 8 Gigabit, nicht ganz richtig. Denn, ja, das ist nicht die Realität, die wir hier haben. In der Realität generiert mein PC oder irgendeinen Storage oder was auch immer die Last auf dem oder beziehungsweise vor dem Router, die einfach nur über das System halt eben geroutet wird. Das heißt, in diesem Falle sehen wir eigentlich nur, die CPU-Last ist extremst hoch, liegt aber daran, dass er die Daten selber generieren muss. Also, was haben wir gerade gesehen gehabt? Auf der Receive-Seite, wenn also die Seite namens PCI-Karte, die können wir ja hier auch mal eben aufrufen, da habe ich sie auch. Rechts oben, ganz rechts oben, müsst ihr ein Bild gucken, da steht CPU-Last 100%. Also das Ding muss gerade eben wirklich 100% Vollgas geben, um überhaupt die Daten zu generieren. Doch trotzdem, wenn man hier einfach mal drauf guckt, pumpen wir gerade 9 Gigabit ganz normal über die Verbindung. Und auf der anderen Seite sollte dann im Endeffekt das auch hier ankommen. Also hier sehen wir hier 8,1. Da sind alles immer so Rundungen. Ich kann auf das Interface schauen. Auf dem Interface steht hier auch 9,2. Auf dem WLAN 8,4. Und was machen wir im Endeffekt? Wir machen hier einen UDP-Test. Also werden wir mit Sicherheit auch ein bisschen Packet-Loss haben. Jetzt das Ganze einfach nochmal auf TCP-Basis. Da erwarte ich natürlich jetzt so ein bisschen weniger. Was haben wir jetzt? 4, aber auch da wieder. Die CPU-Load geht nach oben. Es liegt einfach daran, dass dieser Bandwist-Test, ja wie soll ich sagen, vielleicht nicht ganz richtig ist. Nicht auf diesen Geräten, weil die CPU einfach ein bisschen schwach ist. Und da seht ihr schon 100% Usage auf allen vier Cores. Schneller nächster Test. Lasst uns das Ganze einfach mal mit Bose machen, sodass wir wirklich einfach mal von beiden Seiten kommen. Und da sehen wir jetzt. Jetzt müssen beide Seiten halt eben vollends arbeiten und die Daten eben auch verarbeiten. Also beide gehen jetzt auf eine hohe CPU-Lass. Aber wir erreichen nichtmals mehr. 1,5 Gig ist halt schon schwer. Wie gesagt, das liegt einfach nur daran, dass er die Daten hier selber generieren muss. Ich will es trotzdem einmal nochmal sehen mit UDP, wenn die sich gegenseitig Daten schicken. Wahrscheinlich geht da auch die CPU-Lass. Guck mal, beide Maschinen laufen fast auf annähernd 100%. Doch in Summe haben wir trotzdem fast 8, 9, 8, 9 Gigabit. Und ich habe eine einzige Verbindung und das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Gut, lasst uns den Bandwist-Test einfach mal beenden und hinten anstellen. Wir wissen jetzt, okay, die Leitung funktioniert, wir kriegen Daten rüber und die Kisten müssen halt eben dafür extremst arbeiten. Ihr seht, im Egil steht rechts oben 1%, 0%, die Kiste macht überhaupt nichts. Also lasst uns mal so ein Stückchen näher an die Realität rangehen. Und ich habe dafür einfach mal meinen Server genommen, wo die PCI-Karte drinsteckt. Ihr habt sie eben gesehen, das ist einfach der Server, wo die PCI-Karte drinsteckt. Ein Port ist sozusagen für den Router, für die MikroT-Karte. Und ein Port wird hier in den Server durchgeschleift, wo der Server halt eben auch selber standardgemäß 10G Full Duplex machen kann. Was machen wir jetzt einfach? Wir schieben einfach vom Server über den Server zum Router und wieder zurück unsere Daten. Der Server hat dafür genug Performance. Wir haben Full Duplex, also sollten wir also auch volle Pulle erwarten. Ich gehe jetzt also hier einfach hin, starte ganz einfach auf meinem System in einer virtuellen Maschinen iPerf Server, öffne mein schönes Putti-Fenster und gebe dir einfach mal ein, surf01.home.local. Ich hätte dieses Fenster auch natürlich vorbereiten können, aber ihr kennt mich ja, ich bin ja ein fauler Sack. Deswegen machen wir das erst nachträglich. So, Fenster einfach mal zurechtdrücken und dann sagen wir hier einfach mal iPerf 3-Client, 102, 168. Ich glaube 44,3, das gucke ich eben nach, ich muss es nochmal beenden, ich weiß es nicht auswendig. 44,3, genau, 44,3. Ein Parallel, machen wir einfach mal direkt mit Parallel, ist immer so ein bisschen realitätsnah und mehr mache ich gar nicht. Ich sage einfach mal Start und einfach mal gucken, was passiert. Fehler Nummer 1, ich habe das Routing nicht gesetzt. Ihr wisst ja, ich schneide meine Videos so ungern, deswegen zeige ich euch auch meine Fehler. Was ich nämlich vergessen habe, ist glaube ich, dass die Kiste hier oder die andere Kiste, ein von den beiden fehlten Routing, der sollte eigentlich damit klarkommen. Dann gucken wir uns die andere Kiste an. IP Route, genau, ihm fehlt nämlich die Route, er weiß nicht, wohin er das 44er-Paket schicken soll. Ich weiß aber noch, ich habe das eingetragen, Zack, Route eingetragen. Jetzt kennt ihr auch den Weg zum 44er-Netz und wir machen denselben Test nochmal. Einfach iPerf Server starten und wieder unseren Befehl starten und ihr seht, schon läuft das Ganze. Jetzt haben wir natürlich hier wieder 8,6, zumindest bekommen wir uns angezeigt, wie das Ganze wieder gerundet wird, ist so eine andere Sache, aber wir schieben rein theoretisch 1 GB pro Sekunde wirklich drüber, was so in etwa anscheinend gerundet gibt, 8,64 GB die Sekunde. Ist das nicht dieser Faktor, wie wird geteilt durch 8 gerechnet, wegen Byte oder so, wie auch immer. Wir machen das Ganze nochmal mit einem Minus T600, damit das Ganze einfach mal durchläuft und gucken uns einfach mal an, was auf dem Router passiert. So, der Router ist hier, ihr seht schon, die Daten fließen über die Kiste drüber. Ich mache nochmal das Interface auf, damit ihr auch wirklich seht, dass hier über die WLANs entsprechend die Daten rüberkommen. Also hier, WLAN 44, 9 GB, WLAN 45, 9 GB, das heißt wirklich da Transmit, da Receive, also hier kommt es rein, da geht es raus, ergibt auch Sinn, denn wir haben ja gerade eben von hier, der Maschine 45, auf die Maschine 44 was gesendet und da seht ihr, fleißig gehen die Daten durch und die Kiste muss A, WLAN machen, das heißt, er muss die WLAN-Pakete auspacken und die WLAN-Pakete wieder einpacken und B, die ganz normalen Daten transferieren und das Ganze natürlich noch auf den Netzwerk Layer namens SFP Plus auf mein DAC-Kabel wiederbringen und das Ganze sieht da oben aus nach 30, 40% und das heißt, wir haben halt immer noch Luft mit dem noch viel mehr Daten fließen. Wie gesagt, das sind alles nur Testszenarien, die fernab der Realität sind. Lasst uns hier drauf gucken, Jack Voltage, 50 Volt haben wir da, CPU Temperature 42 Grad, das Ding steht im Keller, wir haben gerade draußen ungefähr 28, 29 Grad, also alles, alles gut. Doch wie sieht das jetzt aus, wenn wir einfach mal auf diesem Layer hier mal ein bisschen UDP machen, juckt mich ja auch, man könnte mir so viele Tests machen, das ist unglaublich, aber wir machen einfach mal minus UDP, minus B, ich begrenze die Bandbreite jetzt einfach mal auf 9G und sag, ja, keine Ahnung, mach einfach mal Go, mal gucken, was passiert. Da sehen wir jetzt auch schon, wir bekommen nur noch 3, irgendwas an, das liegt aber eher am Server wieder und nicht viel mehr am Router. Lass uns das Ganze natürlich mal wieder parallelisieren und dann geht das Ganze auch schon wieder ein bisschen mehr Schmackes ab und da seht ihr schon, wir sind wieder annähernd an den 10 Gigabit dran, ein bisschen weniger anscheinend, CPU-Last, ihr könnt es ja rechts oben verfolgen, läuft so auf 25% und wir hatten natürlich jetzt hier ein bisschen Packet-Loss, aber wir können die Richtung natürlich auch ein bisschen umdrehen, dann sehen die Werte, ja, anscheinend wieder ziemlich vergleichbar aus, aber da kann ich euch wieder sagen, es müssen wieder die UDP-Pakete generiert werden, das geht natürlich auf Last des Servers und so weiter und reines UDP-Parallel drüber schieben, endet sowieso immer in nicht so dolle, wie ich in letzter Zeit gelernt habe, auch wenn wir hier sehen, wir haben kaum Packet-Loss. Also zurückgerechnet, gehen wir mal davon aus, wir haben viele, viele, viele Verbindungen, ich sage jetzt extra mal, wir haben, keine Ahnung, 25 Verbindungen und diese 25 Verbindungen wollen einfach, wie war das noch, minus N, glaube ich, wollen einfach 20 Gigabyte irgendwie kopieren. Das heißt, wir haben jetzt ganz, ganz viele Verbindungen, so wie es die Realität so ein bisschen mehr vorsieht. Normalerweise haben wir da keine Single-Streams, sondern viel Quatschi-Quatschi-Blabla, neue Verbindungen, neue, was auch immer was. Dann sieht das alles immer ganz anders aus, aber immer noch CPU-Last ist immer noch da, wo sie hin soll und zwar vielleicht nicht über 50 Prozent. Das heißt, wir können sowieso nicht viel mehr belasten. Gehen wir jetzt davon aus, der eine 10G-Port ist voll, wir haben noch andere einmal 1G-Ports, reicht die CPU-Last also vollkommen dafür aus, dass wir alle, ja, Ports vollkommen auslasten können. Das heißt, die Dimensionierung von der CPU in dem Falle, wenn er halt eben Routing machen muss und nicht immer muss er Routing machen. Das kann ja auch sein, dass ihr einfach ein bisschen Bridging habt. Dann geht das Ganze zwar auch über die CPU, aber dann muss er natürlich wahrscheinlich nicht alle WLANs einpacken, auspacken. Aber das ist halt eben erst das, was wir jetzt herausfinden werden. Und das ist das, was ich jetzt herausfinden werde, denn ich werde jetzt hingehen und diese schöne Kiste bei mir hier fest einbauen und endlich den Edge-Router 12 einfach ersetzen. Und wie mache ich das? Kurzer Ausblick. Natürlich mit dem VRR-Protokoll. Deswegen habe ich sie alle gebaut. Heißt also, auf dem Router wird jetzt alles nachgebaut und mittels VRRP einfach meine ganzen Getaways übernommen und das System ist Up and Running und aktiv und übernimmt hier in meinem Netzwerk den zentralen Router. Bis dahin aber, brauche ich noch ein paar Tage und wir sehen uns dann, macht's gut, ciao.